Ich finde dieses Leben so schön. Ich weiß nicht, ja? Wenn solche Menschen nicht wären, wäre mein Leben so langweilig wie Danny. Du musst dich entscheiden, rechts oder links. Ein, der dich dir aufschließt. Deine Zeit ist vorbei. Du musst dich entscheiden, rechts oder links. Einen, der dich dir aufschließt. Deine Zeit ist vorbei. Solche Missgeburtssachen macht nur Danny. Naja. Aber ich finde geil, ja? Deutschland gut. Also, ich war nicht in Syrien, ja? Aber Deutschland muss ich erstmal Anfrage schicken an UN. Wenn, ob das ein sicheres Land ist. Vor Leuten, die gegen Korruption kämpfen. Ich mag keine korrupten Polizisten. Ja? Ein Vormann ist nicht Dreck, ist egal. Aber eine korrupte Karsten und Rassmann und Gradius, die machen Leben von Menschen kaputt. Und gegen diese Leute kämpfe ich. Die haben mein Leben, ja, weiß ich nicht, versucht zu kaputt machen. Aber ich habe daraus gelernt, ja, egal was kommt, muss man daraus lernen. Niemals meckern. Niemals meckern. Wo ist die zweite? Ja, und die ist am Schlafen. Heute haben wir nur eine Posten. Bis jetzt.